So, der Spitzarbeit beginnt, die hier in einem anderen Lande auf viele, zwei Dinge, in einem anderen Lande. Bei dem Volga Travall, wenn ihr vielleicht noch mehr Fotos von Europy ist, dann könnt ihr die Ophalen bei 20 August. Gott, nun nennen ich das, dass das notwendig ist. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Das ist eine große Herausforderung. Ull, 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 Ull! Konfliktorin, Nashville, Vegas, Maschine, Putin, Bontrey, Allison. All right! Hurra! So schnell! Und das ist der Blank-Carolijn. Wir setzen die Mac auf der selben Platz. Als die Adresse in der Ouellette. Nice to see you! Stopt bei Green Spirit 7 und bei Hurrell Bandit. Wir haben jetzt alle machines auf der Wagen gezien. Und wir haben wieder ein Prooftrek mit Hot Art. Selber die die echte Bestuur zit. Hier in Castelmans met deze Hot Art Confinance. Fantastisch! Deze machine! We hadden dezelfde afstelling als de Bandit. En de Bandit had 46 meter. Dus hij komt over, dik over de 50 meter. Wel een prachtigere! En dat hebben we gezien. Ticket Continental die uit de linkertegen apartig is. Maar waar oh zoveel aan veranderd is. Om hem meer vermogen te geven. Hij wik super, Martin. mister! StopNet. Let's go, man! Vielen Dank. Vielen Dank. Und wirklich perfekt! All der Clues ist perfekt in balans. Zet die afstand neer. We hadden ruim met 50 meter. Heel ruim met 53 meter, 65 meter. En omheen zullen ze zierf te veren zijn. De vlammetjes op! Lekker park van de motor. En omheen zullen ze zetten, 84 meter. En omheen zullen we zetten! En omheen zullen weinig erachter! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.